Hallo und herzlich willkommen zu Kast.TV, Ihrem Sportmagazin aus Kastor-Brauxel. Heute berichten wir vom zweiten U14-Supercup der Eintracht-Ickern an der Uferstraße. Wir sind heute beim Endspiel dabei. Und zwar zwischen Borussia Dortmund und der Tennis-Borussia aus Berlin. Beide haben sich in der Gruppenphase als Gruppensieger punktverlustfrei an die Spitze ihrer Gruppen gesetzt und sich auch in der Zwischenrunde für das Endspiel qualifiziert. Während das Team aus Berlin in der Vorrunde immer in einem Gegentreffer kassieren musste, schafften es die Dortmunder mit einem Torverhältnis von 14 zu 0 sich klar als Turnierfavorit zu platzieren. Das Team des Gastgebers hat die Vorrunde leider nicht überstanden, aber eine mächtige Lehrstunde erhalten, was im Jugendfußball alles geht, was machbar ist. Und da waren nicht nur die Spieler davon beeindruckt, sondern auch die Gäste waren sehr davon angetan, was die teilweise doch sehr professionell geführten Jugendmannschaften für eine Vorstellung ablieferten. Es war wirklich eine wahre Freude, sich das anzuschauen. Und ich glaube, den einen oder anderen Spieler wird man sicherlich auf der großen Fußballbühne in drei bis vier Jahren wiedersehen. Ebenfalls war es sehr erfreulich, den recht fairen Spielverlauf zu verfolgen. Es war wirklich von allen Mannschaften sehr darauf geachtet worden, sich fair zu verhalten. Sehr kameradschaftlich und die Schiedsrichter haben die Partien jederzeit gut im Griff gehabt. Und auch da muss man sich noch einmal für die Leistung der teilweise sehr jungen Schiedsrichter wirklich bedanken und auch ihnen in dieser Beziehung wirklich Respekt zollen. Beidesitz! 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 Genau! Reicht! Jawohl! Reicht! Beidesitz! Birich! Lass interests in Sicherheit reinbringen. Yejko! Jaminis, Jetinis, Jaminis! Mieerl, jäge Fäulste! Nächste Spielunterbrechung Wechsel bitte! Beidesz! Ja, da darf er sich! Druck! 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 Schmerz! Druck! Geh mal! Geh mal, Ossa! Druck! 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 Verschöğüürür! weekend Schaffy M essays Das war's für heute. Komm auf die Seite, Großer! Ruhig! Ruhig! Nicht drehen lassen, nicht drehen lassen! Jani nicht drehen lassen! Gürtel, Gürtel! Gürtel, Gürtel! Gürtel, Gürtel! Oh, da müssen wir ran! Oh, da müssen wir, da müssen wir! Oh, da müssen wir, da müssen wir, da müssen wir, da müssen wir! Geh! 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 Geh, Geh!... Geh, Geh! Geh, Geh... Geh, Gehr... Bravo! Hör mal weiter vor, dass die Bahner nicht laufen will. Gut, Eimer, gut. Gut, Eimer, gut. Gut, Eimer, gut, Eimer, gut. Gut, Eimer, gut. Gut, Eimer, gut. 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 Ein Team! Ein Team, bro! Wo ist es? Gut bei! Grace! Grace! Abstand! Ratsch! Abstand! Abstand! Sami! Abstand! Geh, geh! Komm, komm! Komm, rein! Du bist so gerne! Du bist so gerne! Du bist so gerne! Du bist so gerne! Halt! 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 Stopp! Äh, bestimmen wir gleich ab, du ist hier eine Gruppe drin. Weil jetzt hab ich im Vorliegen.... Komm, Kevin, rein locker Rx est du! celza hast sauber! Nein! Hey! Ah! Die noch ein! Ah! Paulus, die Zentrum! Mike! 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 Mach jetzt hier die Briege! Mike! Genau! Genau! Und tief rüber! Tief rüber! Ruhig! Ballbesitz! Ruhig! Schüttermann! Woh! 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 qui! Hey! Mach! K-k-k-k-k-k! Schga, schga! Schga! Ecke! 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 Ja, 0 zu 0 nach Ende der regulären Spielzeit und jetzt heißt es für die jungen Teams Nerven bewahren im Elfmeterschießen. Sollte Ihnen diese Reportage gefallen und Sie vielleicht auch in einem Verein tätig sein, sprechen Sie uns an. Wir sind immer aufgeschlossen dafür, Ihr Team ins Fernsehen zu bringen. Unter 023 05 626 519 oder info.kast.tv erreichen Sie die Redaktion. Wir können uns gerne über Ihren Vorschlag unterhalten und freuen uns auf das Gespräch. Aber jetzt viel Spaß beim Elfmeterschießen. Wir können uns gerne überlesen. Wir können uns gerne überlesen. Auf der einen Seite von der Vestilierung. Das war die Lüge der Vestilierung, die wir natürlich feststellen. Ja, hier ist mein Aufwand. Und dann kommt es nicht falsch. Und dann geht es nicht gut. Wir müssen es machen. Und dann geht es nicht gut. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.